Geliebter Mensch, fühle dich ganz herzlich willkommen. Fühle dich mit dem Licht umrahmt, fühle dich mit der Liebe umgeben. Du bist einzigartig, du bist großartig. Das Licht der Liebe fließt zu dir. Nimm es an, atme es ein mit tiefen Atemzügen, um zu spüren, wie das Licht jetzt durch deinen Körper fließt. Und dehne dich mit diesem Licht aus, dehne dich so weit aus, wie du kannst und wie du möchtest. Alles ist richtig, alles ist gut. Und so bist du gleich vorbereitet für die Botschaft der Wasserwesen, welche heute zu dir sprechen werden. Ich verbinde mich mit den Wesen, mit den lichten Wesen des Wassers. Einströmt die lichte Energie der Wasserwesen. Geliebter Mensch, wir wurden gerufen und auserwählt, heute zu dir zu sprechen. Wir sind ständig in deiner Nähe und auch du selbst, du trägst Verbindungskristalle in deinem Körper, denn auch du bestehst aus Wasser, zu einem sehr großen Teil, genauso wie die Erde aus Wasser besteht, zu einem sehr großen Teil. Vielleicht spürst du unsere blaue Kraft, unser Glitzern. Das Glitzern sind die Kristalle, die du manchmal erkennst, wenn die Sonne auf das Wasser scheint. Daran erkennst du uns Wasserwesen. Wir sind sehr viele und wir wissen um die Beeinflussung, die gerade auf der Erde geschieht. Wir wissen von den Nöten der Menschen und wir freuen uns, dass du heute hier bist, denn wir möchten mit dir zusammen etwas Gutes bewirken. Wir möchten mit dir zusammen eine große Reinigung vollziehen. Es ist wichtig, dass alle Menschen und die Erde unterstützt werden, mit der Liebe und dem Licht. Und deswegen freuen wir uns so sehr, dass du heute hier bist. Und wenn du heute als Kanal dienen möchtest, dann bitten wir dich um dein Einverständnis. Und so erlaube uns, mit dir zu wirken, indem du ein inneres Ja aussprichst. Wir fühlen die Schwingung deiner Liebe und deines Ja. In dem gleichen Moment, wo du dein Ja ausgesprochen hast, öffnet sich deine Seele. Und mit deiner Absicht bitten wir dich, dein Kronenchakra zu öffnen und die Liebe Gottes einzuladen, dass sie jetzt durch dich strömen möge. Und so fließt von oben kommend die Liebe Gottes durch dich hindurch in Mutter Erde hinein. Und mit deinem Fokus verteilt sich Gottes Licht durch dich in alle Flüsse und Bäche, in alle Ozeane und Meere, zu den Wasserwesen, zu uns, auf der Erde. Wir bitten dich nun, diese Liebe ein wenig fließen zu lassen. Wir unterstützen dich dabei und singen die Töne der Liebe. Wir singen in den höchsten Tönen der Liebe, um dir zu sagen, wie sehr du geliebt wirst. Um dir zu danken für das, was du tust. Und so fließt Gottes Liebe nun durch dich hindurch zu uns. Und so fließt Gottes Liebe nun durch dich hindurch. So ist es vollbracht, die Wasserwesen danken dir sehr für deine Liebe und für deine Kraft. Das Wasser der Erde wurde mit Gottes Liebe durchflutet und auch dein Körper wurde komplett mit Gottes Liebe durchflutet. Du spürst die Reinheit des Lichtes in dir und wir, wir sind dir so dankbar für dein Wirken. Richte in Zukunft dein Augenmerk darauf, dass du Licht in das Wasser sendest. Richte deinen Fokus auf die Liebe und das Licht immer dann, wenn Ängste oder Zweifel kommen. Sofort wird das Licht dich unterstützen und wisse, dass Gottes Liebe bei dir ist. So verabschieden wir uns von dir voller Freude und Dankbarkeit. Ich muss sagen, ich habe Tränen in den Augen. So intensiv war diese Liebe und so intensiv war dieser Gottesstrom, der durch mich geflossen ist. Ich danke euch sehr, dass ihr heute hier wart und ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Trinkt ab jetzt nur noch Wasser der Liebe, so wie es euch gezeigt wurde. Und tretet aus aus dem Kollektiv. Um weiterhin von mir die neuesten Videos zu erhalten, abonniere meinen Kanal, klicke einfach hier auf die Kugel und abonniere mich kostenlos. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Video.